Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Weck du dringend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ist das offiziell Subaru Blue? Du sagst, sie sind alt. Hi. Moin. Alles klar? Ja, selber auch. Ja. Letzteren Tag mal freigenommen heute. Heute? Na ja, heute sind doch alle dabei. Das kennst du irgendwo her, oder? Ja, das kennst du schon. Samstag brauchst du ja keinen Freien, da kannst du ja so kommen. Ja, da muss ich arbeiten, am Sonntag muss ich auch arbeiten. Das ist halt, weißt ja, selbstumständig. Und sonst erst 200 Treffen hier, oder? Hä? Muss irgendwo ein erst 200 Treffen sein. Hier muss man sein Auto wieder fertig machen, dann fahren wir auch mal mit. Ja, da sind noch ein paar dabei. Noch ein paar erst 200 Treffen dabei. Ja, wenn wir jetzt auch mal 210 sind, dann ist... Zu viel gab es ja damals. Ja, ja, eben. Das stimmt da irgendwas nicht. Ja, alles fit. So weit. Aha, jetzt geht's los, jetzt muss ich verschwinden. So. So. So, jetzt geht los. So, jetzt geht los. Mit den Teilnehmern waren wir sehr zufrieden. Na ja, das liegt ja auch an euch. Wenn so viel Schrott gemacht wird, dann leiden ja alle drunter. Ja, aber es ist da wirklich gut gelaufen. Ja, aber es ist da wirklich gut gelaufen. Und da habe ich den Spaß gemacht. War immer toll verantwortlich. Muss man ganz klar sagen. Wer ist das denn mit dem roten Eskort? Das kenn ich gar nicht. Holländer. Ach so. Komm Eis. Elba. Allá. Hier ist das Vögelchen, Herr Bilan. Schläfst du schon oder was? Schläfst schon? Schläfst du schon? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020